willkommen zurück da sind wir wieder zweites video informatik 1 ich grüße euch ich sitze hier noch mit meinem slide set mit meinen einführungs folien die ich jetzt im zweiten teil gerne mit euch noch weiter besprechen möchte der erste teil drehte sich mehr um den generellen begriff der der informatik was wir jetzt machen wollen ist mehr den fokus auf ja auf tatsächlich auf die informatik 1 legen auf die dinge die wir jetzt machen wirklich machen werden in den kommenden wochen und in den kommenden monaten wie wird die art des programmierens schmecken der wir uns hier in den kommenden in den kommenden videos und den kommenden vorlesungen einfach widmen werden okay ich denke wir machen das am besten mittels eines beispiel problems das ich mitgebracht habe ein parkplatz problem dass sich in diesem fall nicht darauf bezieht dass wir keine parkplätze finden können sondern sich genau auf das problem bezieht das hier auf der folie genannt wird ist so eine art textaufgabe wie sie schon wie dutzendeweise lösen wolltet musstet in der schule auf einem parkplatz stehen pkws und motorräder ohne beiwagen also wir sprechen hier von vierräderigen pkws und von zweiräderigen motorrädern zusammen seien es n fahrzeuge und insgesamt haben die r räder okay alles klar das ist uns gegeben bestimme aus diesen dingen bestimme aus n und r die anzahl p der pkws so eine richtig schöne pointless text aufgabe aber für diese einführungs folien hier genau die richtige größe an problemen wir uns widmen können und die uns dann auch wirklich typisch auf das führen wird was wir was wir hier in den in den kommenden wochen und wie zusammen anstellen wollen okay wenn man sich das genau anschaut dann ist das nicht ein problem das ist gleich eine ganze menge von problemen du gibst mir ein n und ein r dann entsteht da für mich ein bestimmtes problem aus n und r soll ich nämlich für diesen bestimmten parkplatz die anzahl p der pkws bestimmen okay also du gibst mir n und r das ist der input sozusagen ich gebe dir das ergebnis den output groß p die anzahl der pkws dazu okay und damit wäre das eigentlich eine möglicher blick auf das ganze problem hier du gibst mir n und r als parameter ich baue dir eine funktion groß p die daraus die anzahl der pkws berechnen kann die für an die funktion p von nr übrigens haben wir dann auch gleichzeitig die funktion m von nr groß m von nr die anzahl der motorräder steht nämlich auch fest wenn n alle fahrzeuge sind und p nr davon pkws sind dann muss der rest motorräder sein das ist dann wirklich ziemlich easy okay also eigentlich geht es darum diese funktionen zu bestimmen dieses groß p vor allem zu bestimmen okay und dieses rechnen mit funktionen funktionen zu konstruieren das ist genau das wesen der programmierung die wir hier in der informatik 1 verfolgen werden darum passt das mit dem parkplatz hier eigentlich ganz hervorragend okay also noch mal zusammenfassen was wir haben ja wir haben n fahrzeuge insgesamt pkws steuern jeweils vier räder motorräder steuern jeweils zwei räder bei insgesamt ins klein r räder blatt papier rausgeholt das ist alle informationen die wir brauchen um tatsächlich zu berechnen wie die anzahl der pkws wirklich aussieht okay also wie gesagt schon im letzten video eine menge informatik kann man auch mit bleistiftem papier machen hier ist das entsprechende stück papier das wir dazu benutzen könnten okay also fangen wir erst mal mit dem an was man uns hier eine aufgabenstellung gegeben hat groß p plus große plus große m das ist die anzahl der gesamten fahrzeuge das ist das klein n okay wie sieht es aus mit den anzahl der rädern klein eher jedes auto steil jedes pkw jeder pkw steuert vier räder bei jedes motorrad steuert zwei räder bei also vier p plus zwei m das ist die anzahl der räder klein r ganz hervorragend übrigens können wir die anzahl der motorräder ganz ganz locker berechnen wenn wir die anzahl der pkw haben wie wir eben gerade schon gesehen haben das ist nicht weiter schwierig okay super was würde man jetzt an der stelle machen das ist wie mathematik wahrscheinlich aus der weiß nicht ist das irgendwie siebte achte neunte zehnte klasse ich weiß es nicht jedenfalls werden wir einfach mit einsetzen hier fortfahren wir werden einfach unsere zweite gleichung oben die erste gleichung einsetzen das m wird ersetzt durch n minus groß p hervorragend unten eingesetzt dann könnten wir eigentlich aus multiplizieren in der klammer okay alles klar und dann könnten wir die groß ps zusammenfassen und vielleicht das 2 n auf die andere seite rüber bringen dann sieht das ganze so aus jetzt noch durch zwei geteilt die ganze geschichte und dann steht da tatsächlich endlich das groß p die anzahl der pkws ist tatsächlich zu berechnen aus ein halb mal r minus 2 n einwandfrei r und n die beiden kleinen parameter die sind nun sowieso schon gegeben daraus können wir groß p berechnen sauber natürlich können wir dann auch groß m berechnen damit ist das problem eigentlich schon gelöst das p hier das ist eine funktion von r und n du gibst mir r und n ich berechnete p sauber kein parkplatz problem mehr da oben steht meine funktion so wie sie mir gerade irgendwie hergeleitet habe sowas können wir tatsächlich auch in der programmiersprache die wir besprechen werden programmieren besprechen wir gleich noch sieht ja nicht gut aus naja ich meine natürlich würde man diese funktion jetzt auch zum einsatz bringen wollen und das machen wir jetzt einfach mal wir nehmen uns jetzt einfach mal beispielhaft ein paar kleine n und paar kleine rs her und setzen dass man unsere funktion groß p ein also schauen wir mal zum beispiel p von 3,9 n ist 3 r ist 9 eingesetzt oben in die funktion ergibt 1,5 sieht gut aus okay also die an die funktion groß p sollte anzahlen von pkws berechnen was wir jetzt also eigentlich hier als antwort der funktion groß p von uns haben ist sowas wie halbe pkws okay lass mal andere parameter nehmen p 52 zum beispiel kommt minus 4 raus das ist auch schwer zu interpretieren da fehlt mir eigentlich nur noch ein dass der parkplatz quasi minus 4 pkws beinhaltet noch vier pkws einparken dann bewegt der parkplatz erst mal leer Das hört sich auch fragwürdig an. Noch linker ist aber unser letzter Test hier. P2 von 10 gleich 3. Das hört sich doch gut an. Du gibst mir einen N und einen R, nämlich 2 und 10. Ich gebe dir eine Anzahl von Fahrzeugen von PKWs, nämlich 3. Und das hört sich doch gut an. Ist aber subtil problematisch. Es gab nur N gleich 2 Fahrzeuge insgesamt auf dem Parkplatz. Unsere Funktion P sagt, 3 von diesen 2 Fahrzeugen sind PKWs. Auch wieder eine Antwort, die sehr mit Vorsicht zu genießen ist oder eine echte Nicht-Antwort hier an der Stelle. Irgendwie ist das mit dieser Funktion P schon okay. Aber die Funktion P so zum Einsatz zu bringen, bringt doch einige Probleme mit sich. Und darum werden wir es erleben. Dass wenn wir solche Funktionen programmieren und mit denen umgehen in Software, dass wir uns oft noch so Vertragsbedingungen, extra Bedingungen einhalten, die uns sagen, hey, diese Funktion P ist schon in Ordnung. Sie wird aber nur unter bestimmten Bedingungen, unter bestimmten Vertragsbedingungen tatsächlich auch das leisten, was du von ihr erwartest. Wir haben uns mit unserer Funktion P und der Arithmetik mit dem N und R so weit von dem eigentlichen Parkplatzproblem entfernt, dass wir wichtige Einschränkungen, wichtige Vertragsbedingungen, die eigentlich gelten müssten, dass wir die aus den Augen verloren haben. Und dadurch kommen diese wirklich sehr, sehr fragwürdigen Antworten von P zustande. Eigentlich müssten wir uns bei der Anwendung unserer Funktion P einschränken. Zum Beispiel müssten wir uns die Einschränkung geben, dass R, die Anzahl der Räder, tatsächlich nur gerade sein darf. Okay, also entweder so ein PKW trägt vier Räder bei, das ist eine gerade Zahl, oder ein Motorrad trägt zwei Räder bei, das ist eine gerade Zahl. Wenn wir die alle zusammen in einen Pott werfen, bleiben das trotzdem gerade Zahlen. Also eigentlich müsste die Anzahl der Räder R immer gerade sein. Nur dann können wir von unserer Funktion P eigentlich erwarten, dass sie irgendwas Sinnvolles macht. Okay, genauso ist es mit dem Zusammenhang zwischen N und R. Die müssen irgendwie so ein bisschen zusammenpassen. Das N und das R dürfen irgendwie nicht zu weit auseinander liegen. Wenn man sich so ein R hernimmt, dann muss das eigentlich zwischen zwei N, N war die Anzahl der Fahrzeuge, und vier N legen. Zwei N würde der entsprechende Fall bedeuten, dass der ganze Parkplatz nur voll mit Motorrädern steht. Vier N würde bedeuten, Mensch, der ganze Parkplatz steht voll mit PKWs. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwie dazwischen. Die Anzahl der Räder, die irgendwie das PNR verarbeiten kann, die muss auch irgendwo dazwischen liegen. Wenn das R außerhalb dieser Grenzen zwei N und vier N liegt, dann wird P zwar mit einer Antwort daherkommen, aber die zu interpretieren, ist mit Vorsicht zu genießen. Das sind die Vertragsbedingungen, von denen ich eben gerade gesprochen habe. R gerade und R bitte in diesem Bereich zwischen zwei N und vier N. Mit diesen Vertragsbedingungen können wir uns darauf verlassen, dass P tatsächlich seinen Job tun wird. Dieses Beispiel, in der wir uns so eine Funktion P gebaut haben, kommt natürlich nicht irgendwie zufällig daher. Dieses Programmieren mit Funktionen wird uns vom nächsten Video an, eigentlich beschäftigt es uns jetzt gerade schon, aber vom nächsten Video spätestens an bis zum gesamten Ende des Semesters begleiten. Wir werden Programmieren mit Funktionen. Funktionen sind zentrale Bausteine in der Mathematik und ihr wisst, wie man so eine Funktion f von x1 bis f von xn, bis wie man die notiert, nämlich genau wie oben hier auf der Slide gezeigt. Wir werden eine Programmiersprache benutzen, die sich in der Notation sehr, sehr, sehr nah annähert. Die Programmiersprache, die wir benutzen werden, nennt sich Scheme. Ist hier schon auf der Slide genannt und in Scheme sind genau wie in der Mathematik Funktionen die grundlegenden Bausteine, aus denen wir Programme konstruieren werden. Die Notation in Scheme für Funktionen ist fast die, die aus der Mathematik, ihr seht, dass die Kommata oben zwischen den Parametern x1 bis xn, die sind verschwunden. Die eine Klammer hat sich nach vorne vor das f verschoben, das f steht jetzt vorne ganz links in der Klammer, aber hey, das ist es. Das ist die Notation für Funktionen mit n Parametern x1 bis xn in Scheme und das ist die Notation, die wir von jetzt an benutzen werden und durch das ganze Semester hindurchziehen werden. Programmieren mit Funktionen ist die große grundlegende Idee in der Informatik 1 und in der Programmiersprache Scheme, die wir benutzen werden. Programmieren mit Funktionen ist eine wirklich einfache und wirklich elegante Sache. Wir werden also uns dabei ertappen, dass wir die ganze Zeit dabei sind, Funktionen F zum Beispiel, eine Funktion F zu konstruieren. Manchmal wissen wir das gar nicht. Manchmal ist in die Programmiersprache, die wir benutzen werden, die bestimmte Funktionen F sogar schon eingebaut. Was wir dann machen können, ist einfach die Funktionen F eingebaut oder selbst gebaut durch uns anwenden auf Argumente, natürlich auf die richtige Anzahl von Argumenten. Wie zum Beispiel hier die Addition, die gezeigt wurde, die mit zwei Argumenten 40 und 2 daherkommen wird und ihr könnt euch schon denken, dass das Ergebnis 42 sein wird. Oder die Funktion Odd, die checkt, ob ihr entsprechendes Argument ungerade ist. Okay, 42 als Argument an diese Funktion gesendet, wird wahrscheinlich mit sowas wie Unwahr oder Falsch oder wie Scheme es nennen wird, False antworten. Okay, das ist es. Funktionen konstruieren oder vielleicht schon eingebaute Funktionen benutzen, die auf die korrekte Anzahl von Argumenten anwenden und ein Ergebnis erhalten. Das ist das Wesen von Programmieren mit Funktionen. Und das hört sich super einfach an. Was sollte man da schon mitmachen können? Man kann damit alles bauen, was man will. Und wir werden eine ganze Menge an Cool Stuff im Rahmen der Informatik 1 bauen. Funktionen sind irgendwie nicht nur elegant und irgendwie so ein grundlegender Baustein in der Mathematik. Sie haben auch sehr, sehr schöne Eigenschaften. Vor allem ein sehr nachvollziehbares, verlässliches, würde ich es mal nennen, Verhalten. Okay. Hier auf dieser Slide ist ein so ein Verhalten genannt, auf das wir uns, wenn wir von Funktionen F reden, eigentlich immer verlassen und das irgendwie nicht gerade groß betonen. Dabei ist das Prinzip so wichtig, dass es sogar einen Namen hat, das sogenannte Leibniz-Prinzip. Okay. Dann schauen wir doch mal auf das Leibniz-Prinzip hier. Was es sagt ist, hey, du gibst mir zwei Werte, x und y. Hey, die sind ja gleich. x ist gleich y. Okay. Und du gibst mir noch eine Funktion F. Ich wende F mal auf den Wert x an. Oh, kommt z raus. Z ist das Funktionsergebnis. Mensch, wenn x und y gleich sind, dann wird f von y genau das gleiche ergeben wie f von x. x und y sind nicht unterscheidbar, sie sind gleich. Da kommt die gleiche Funktion F daher. Auch f von y wird z ergeben. Okay. Das ist das, was wir von jeder Funktion erwarten. Das Verhalten von f, der Resultatwert von f, das kleine z, das hängt nur vom Argument ab. Wir ändern das f nicht, wir ändern nur das Argument oder in diesem Fall ändern wir das Argument ebenfalls nicht. Dann wird auch die Antwort gleich bleiben. Nichts anderes beeinflusst die Antwort von f außer das Argument, das wir da hineinstecken. Okay. Das ist so ein grundlegendes Prinzip, dass es wirklich schon eine ganze Ecke älter ist. Eine ganze Ecke älter als die Mathematik. Das ist, äh, als die Informatik, Entschuldigung. Das ist ein Prinzip, das wir aus der Mathematik übernommen haben und in der Informatik mit großem, mit großem Wert anwenden werden. Gottfried Willem Leibniz, ihr seht hier die entsprechende Slide über ihn, 1646 bis 1716. Das ist einer der Kollegen, von denen ich leider kein Farbfoto besorgen konnte. Okay, also das macht schon einen Unterschied. Die ganzen großen Informatik-Kollegen waren dann doch schon irgendwie so ein bisschen jünger. Jetzt sieht man es wenigstens mal wieder. Okay. Dieses Leibniz-Prinzip ist tatsächlich so etwas Grundlegendes und das ist so hart verdrahtet in unserem Hirn und unserem Denken, dass wir es teilweise überhaupt gar nicht mehr wahrnehmen oder dass es uns total trivial vorkommt. Und das ist auch gut so. Das ist etwas sehr Natürliches mit Funktionen und dem Leibniz-Prinzip, das sie erfüllen, umzugehen. Hier ist noch ein Beispiel dafür. Wir können uns nämlich mal eine bestimmte Funktion f hernehmen. Die Funktion f ist gleich Idee. Idee steht für die Identität, die Identity. Die Funktion, die mit ihrem Argument nämlich gar nichts macht und das Argument unverändert zurückgibt. Idee oder Idee von x ist x wieder. Es findet einfach mit dem Argument gar nichts statt und es wird unverändert wieder als Resultat zurückgegeben. Egal wie das x aussieht. Jetzt gilt das Leibniz-Prinzip für jede Funktion f. Und die Funktion Idee ist eine bestimmte Funktion. Für die müsste das Leibniz-Prinzip also auch gelten. Und tatsächlich habe ich das Leibniz-Prinzip für diese spezielle Funktion ID nochmal unten hier auf der Folie irgendwie wiederholt. Also die Parameter x und y sind identisch. Wenn ich weiß, dass ID von x gleich z ergibt, dann weiß ich, dass auch ID von y gleich z ergibt. Weil, hey, ID ist eine Funktion. ID ist sogar eine ganz spezifische Funktion. Ich kann das ja hier mal ein bisschen andeuten. Und das ID von x durch seinen Funktionswert x und das ID von y durch y einfach ersetzen. Denn das ist genau das, was passiert. Und was hier jetzt steht, ist eine super Trivialität. Wenn x gleich y ist und x gleich z ist, ja, dann muss wohl y gleich z sein. Das nennt man auch Transitivität der Gleichheit. Dazu brauchen wir aber kein cooles Wort aus der Mathematik, um das zu beschreiben. Das ist eine grundlegende Wahrheit. Eine grundlegende Wahrheit, die super hart verdrahtet ist in unserem Denken. Und Funktionen nach dem Leibniz-Prinzip halten sich an diese Wahrheiten. Und das ist eine gute Sache. Das macht die Dinge nämlich vorhersagbar. Sorry, ein Schluck Wasser. Sehr gut. Okay. Jetzt kann man sich Programmieren natürlich auch ohne Leibniz vorstellen. Das ist schon möglich. Und vielleicht ist sogar erstaunlich, die allermeisten Programmiersprachen da draußen, die sichern den Entwicklern dieses wirklich grundlegende Leibniz-Prinzip nicht zu. Man kann durchaus Funktionen f vor sich haben in diesen Programmiersprachen. Man kann Funktionen f vor sich haben, in die man einmal aufruft auf einem Argument x. Okay. Dann erhält man z. Und später nimmt man die gleiche Funktion f auf einem Argument y. Und selbst wenn x gleich y ist, selbst wenn ich x und y nicht unterscheide und ich an der Funktion f nicht gedreht habe, kann trotzdem irgendwas anderes rauskommen als z. Ich darf mich leider nicht darauf verlassen, dass f von x gleich z sein wird und dann natürlich auch f von y gleich z sein wird. Programmieren in diesen Programmiersprachen können wir dieses grundlegende Prinzip, dieses grundlegende Gleichheits- oder Leibniz-Prinzip an der Stelle nicht zusichern. Programmieren mit diesen Programmiersprachen? Ziemlich shaky ground. Man kann das natürlich beherrschen und damit wunderbar programmieren sozusagen. Man muss sich bloß an allen Ecken und Enden bewusst sein, dass das Leibniz-Prinzip nicht gilt. Also Vorsicht an der Stelle. Könnte glitschig werden. Einige Konsequenzen aus dem Programmieren ohne Leibniz könnten z.B. Dinge sein wie das hier. Eine grundlegende Überlegung wie, Mensch, ich habe hier f von x und führe das zweimal aus. Plus f von x, plus f von x. f von x ist offensichtlich eine Funktion, die man einen numerischen Wert gibt. Dann kann ich den nämlich addieren. Das ist auf der linken Seite von diesem roten Ungleichheitszeichen passiert. Und dann denkt man sich, Mensch, zweimal die Funktion f ausführen, könnte teuer sein. Wer weiß, was f macht. Vielleicht dauert die Auswertung von f nicht nur wenige Mikrosekunden. Vielleicht wird eine Internetverbindung aufgebaut. Vielleicht wird rausgerufen ins Netz. Vielleicht kostet die Anwendung von f sogar. Okay, dann könnte ich mir doch denken, Mensch, anstatt f zweimal anzuwenden, wende ich f nur um einmal an. Und anstatt hier die Addition auf der linken Seite zu bilden, berechne ich einfach zweimal f von x. f nur einmal angewandt, nur einmal die Wartezeit für f erlitten, nur einmal die Gebühren für f bezahlt und trotzdem den gleichen Wert berechnet. Gut gedacht, beim Programmieren ohne Leibniz leider nicht unbedingt möglich. Sehr oft möglich, aber es ist nicht garantiert. Okay, denn das Verhalten von f in Programmiersprachen, die das Leibniz-Prinzip nicht zu sichern, das Verhalten von f kann von einer Vielzahl von Parametern abhängen. Nicht nur von dem x, das wir da reingesteckt haben, sondern von einer Menge von Parametern, die man nicht so explizit sehen kann. Eine Menge von impliziten Parametern können da eingehen. Allerlei Zeug wie, hey, wie oft bist du Funktion f eigentlich vollständig angewandt worden? Das kann den Antwortwert von f beeinflussen. Irgendwelche Systemzustände, wie viel Speicher steht zur Verfügung, das könnte den entsprechenden Antwortwert von f beeinflussen. Welche Zeit gerade ist, welche Eingaben des Benutzers gerade gemacht worden, während f läuft, welche Mondphase ist, jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, jetzt hat der Gerüst irgendwie den Verstand verloren, wie soll die Mondphase auf den Wert einer Funktion irgendwie, an seiner programmierten Funktionen Einfluss haben. Aber dazu kann ich euch nur ermuntern, mal den Namen oder den Begriff Phase of the Moon Bug in Google einzugeben und dann die entsprechenden Treffer anzuschauen. Ihr werdet coolsten Geschichten sehen. Entschuldigung. Solchen Fehlern in unserem Programm oder solchen Abhängigkeiten von Funktionen, von einer Anzahl von Parametern, die man irgendwie so gar nicht explizit sehen kann, wie zum Beispiel die aktuelle Zeit gerade, die würden wir beim Programmieren, jedenfalls hier in der Informatik 1, am liebsten vermeiden. Das ist nämlich eine ganze Klasse von Fehlern, die uns dann bei der Programmierung hoffentlich erspart bleiben. Unter anderem ist eine so eine Klasse von Fehlern, die besonders linkisch und besonders nasty ist, die sogenannten Heisenbugs. Das ist eine Art von Fehlern in Programmen, die sich ungeheuer schwer finden lässt. Solche Heisenbugs können in Programmiersprachen auftreten, die nicht dem Leibniz-Prinzip folgen, weil dort die Funktionen von allerlei Umständen, impliziten Parametern abhängen können, wie zum Beispiel dem Zustand des Betriebssystems oder des gesamten Rechnersystems zum Beispiel. Und wenn ich mich versuche, dem Fehler zu nähern und versuche, den Fehler zu beobachten, mit einem Debugger zum Beispiel, für die Leute, die wissen, was das ist, dann könnte sich das Verhalten der Funktion und des Fehlers beim Beobachten anders einstellen, als wenn ich meinen Debugger abschalte. Das ist besonders link. Das Programm hat einen bestimmten Fehler. Wenn ich es mit dem Debugger beobachte, dann zeigt es einen anderen Fehler oder vielleicht keinen Fehler. Dann schalte ich den Debugger wieder ab, dann ist der Fehler wieder da, kann richtig fies zu Debuggen sein. Okay, also das könnten Konsequenzen sein, Funkprogrammieren ohne Leibniz. Und in Informatik 1 werden wir uns einem Programmierstil widmen, der genau das vermeidet. Übrigens ist der Begriff des Bug tatsächlich mit dem Käfer verwandt, den er in dem englischen Sprachraum eigentlich auch genau bezeichnet. Bug ist Käfer und bezeichnet tatsächlich seit jeher, eigentlich seit den 40er Jahren Programmfehler. Woher kommt das? Es kommt von einem der ersten Fehler, der wirklich gefunden und dokumentiert wurde. Eine tatsächliche Käfer oder eine Motte war es eher. Eine Motte, die sich in einem Relay eines mechanischen Computers eingenistet hatte und dort einen Kontakt verhindert hat, der eigentlich hätte bestehen sollen. Okay, das ist der wirkliche Bug der Käfer, die Motte, die gefunden und entfernt wurde, um diesen Programmfehler zu beheben. Oder in diesem Fall Rechnerfehler zu beheben. Übrigens ist das, was ihr hier seht, dieser dokumentierte Bug ist von Grace Hopper gefunden worden. Eine von den Damen, die auch auf dem Farbfoto zu sehen waren in unseren ersten Videos. Okay, das Leibniz-Prinzip zu befolgen, vermeidet eine bestimmte Anzahl von Fehlern und eine bestimmte Klasse von Fehlern. Und wir werden versuchen, diese Art von Fehlern in der Informatik einzuvermeiden. Das Verfolgen von Leibniz hat aber noch andere positive Eigenschaften und coole Eigenschaften, die wir ausnutzen können. Besonders, wenn man sich moderne Rechnerarchitektur anschaut. Okay, und nur für dieses Slide hier würden wir jetzt trotzdem mal ganz kurz in die Maschinen selber hier irgendwie reinschauen. Stellt euch vor, wir müssen das Programm da oben auswerten. Eigentlich ist das Programm ja eigentlich nur die Anwendung von Funktionen auf Parameter und genau das passiert da oben ja. Wir haben eine Funktion f, die hat zwei Parameter und der erste Parameter wird berechnet durch g von x und der zweite Parameter wird berechnet durch h von y. Schon in dieser für Scheme sehr, sehr typischen Klammerung geschrieben. Okay, das wird euch übergehen in Fleisch und Blut in no time. Ich verspreche es euch. Jedenfalls ist das ein Teil eines Programms, den wir auszuwerten haben. Das Coole daran jetzt ist, dass uns Leibniz zusichert, dass die Auswertung von g von x und die Auswertung von h von y sich gegenseitig nicht beeinflussen können. Das Verhalten von g wird von nichts beeinflusst, außer dem Wert von x und das Verhalten von h wird von gar nichts beeinflusst, außer dem Wert von y. Insbesondere können sich g und h gegenseitig nicht irgendwie beeinflussen. Darum, warum nicht h von x und g von x parallel berechnen und damit schneller zur Anwendung der äußeren Funktion f kommen. Wenn wir g von x, h von y parallel berechnen, dann kann sich der Rechner um zwei Dinge gleichzeitig kümmern, die sich nicht gegenseitig beeinflussen werden. Umso schneller kommt f zum Zuge und unser Gesamtprogramm wird irgendwie schneller ausgeführt werden. Das passt sehr gut zusammen mit der Architektur von modernen Rechnern. Das hier ist ein Blick auf das Chip-Layout von einem Intel Core i7 oder NALM Processor. Einmal da reingeschaut, dann würde man da irgendwie auf einem bestimmten Level diese schematischen Verdrahtungen sehen. Und wenn man da mal genauer reinzoomt und das mal vielleicht ein bisschen markiert, so wie ich das hier gemacht habe, dann sieht man, dass sich bestimmte Gruppen von Schaltungen in dieser CPU, in diesem Rechner, einfach wiederholen. Das ist der Fall, weil der Intel Core i7, so wie alle modernen CPUs heute, intern schon parallel ausgelegt sind. Die haben Rechenwerke, die parallel unabhängig ihrer Arbeit tun können. Und Rechenwerk 1 könnte sich der Berechnung von g von x, Rechenwerk 2 der Berechnung von h, von y widmen und wir könnten tatsächlich diese Berechnung hervorragend parallel ausführen und dabei ordentlich Zeit sparen. Nicht schlecht. Programmieren mit Leibniz gibt uns die Möglichkeit, diesen Grad an Parallelität, dieses Potenzial an Parallelität, das im modernen Rechner drin steckt, besonders einfach auszunutzen. Übrigens ist dieses Programmieren mit Funktionen ziemlich hipper Scheiß. Programmieren mit Funktionen oder Englisch Functional Programming oder abgekürzt FP, gewinnt seit Jahren einen ganz besonderen Einfluss. Sowohl in industrieller Forschung und Entwicklung und ihr seht die ganzen großen Namen, die ich hier unter dem zweiten Bullenpoint aufgeführt habe, seht ihr aufgelistet, ich werde sie nicht vorlesen. Alles, was Rang und Namen hat, ist an der Stelle vertreten. In diesen Firmen, in diesen industriellen Forschungs- und Entwicklungslabors wird FP Functional Programming eingesetzt, um schwierige Probleme zu lösen. Und zwar nicht ohne Grund. Die Chancen sind ziemlich gut, dass wenn ihr gestern, heute, morgen, übermorgen, was weiß ich, mit euren Mobiltelefonen Gespräche führt, dass die vermittelt werden über sogenannte Ericsson-Switches. Und diese Ericsson-Switches sind so gut wie alle in R lang programmiert. Ericsson ist ein Provider von Teilen, die eigentlich die gesamten Mobilfunknetze auf dieser Welt am Laufen halten. Programmiert sind die in R lang. R lang ist eine funktionale Programmiersprache, genau wie es die Sprache Scheme ist, die wir besprechen werden. Und Ericsson macht das nicht ohne Grund. Diese Switches sind natürlich darauf bedacht, möglichst wenig auszufallen. Ihr könnt die Ausfallrate, die man mithilfe der Programmierung Erlang hier an der Stelle irgendwie erreichen kann, könnt ihr sehen. Die Dinger fallen irgendwie im Jahr vielleicht zwei Dutzend Millisekunden aus und laufen sonst durch wie die 1. Super verlässlich und ein echtes Rückgrat für das Mobilfunknetz, das da draußen so wichtig geworden ist für uns alle. Also die großen Jungs und Mädels benutzen FP und all die Coolen machen es auch. Die größten Datenmengen dieser Welt, wie sie zum Beispiel benutzt werden, um den Google Web Index aufzubauen, werden mit Techniken aus der funktionalen Programmierung aus dem FP verarbeitet. Okay, das ist etwas, was auf jeden Fall passiert, wenn ihr auf moderne Programmiersprachen schaut, wirklich moderne Programmiersprachen, die irgendwie jetzt erst neu entstanden sind oder vielleicht in den letzten 10 Jahren entstanden sind. Ein paar Vertreter von Namen habe ich aufgelistet, einige von diesen Sprachen sind schon älter, einige Sprachen sind sehr jung, alle sind irgendwie modern. In diesen Sprachen setzen sich Ideen der funktionalen Programmierung immer mehr durch. Wenn ihr hier in der Informatik 1 mit Scheme eine ordentliche Breitseite FP abbekommt, dann rüstet euch das super aus, um auch in diesen anderen Sprachen nachher ordentlich schnell ein Bein an den Boden zu bekommen. Ein weiterer Hinweis darauf, dass sich FP wirklich festgesetzt hat, ist zum Beispiel so eine Firma wie Apple hier, die erst kürzlich oder seit einigen Jahren seine gesamte Entwicklungsplattform von einer Sprache, die sich Objective-C nennt, umgestellt hat auf Swift. Die sind gerade mittendrin in dieser Umstellung und Swift ist in seinen Grundzügen eine funktionale Programmiersprache und befolgt die FP-Prinzipien und vielleicht ein weiterer Hinweis darauf, dass das Functional Programming irgendwie etwas ist, von dem ihr nicht nur in der Informatik 1 und in Scheme was haben werdet, sondern allgemein im gesamten Informatikstudium und selbst wenn ihr nicht Kerninformatiker seid, Ideen aus der FP könnt ihr mit rausnehmen und raustragen und damit richtig cool was anfangen. Okay. Ich sitze jetzt hier zwar unten rechts in der Ecke von dem Video und erzähle euch die ganzen Geschichten, aber Info 1 könnte ich irgendwie nicht alleine durchziehen. Dazu brauche ich ein gesamtes Team, ein Team von wissenschaftlichen Mitarbeitern zum Beispiel. In diesem Semester werden das Benjamin Dietrich, Christian Duter und Dennis Hirn sein, die mich an der Stelle unterstützen werden. Ihr werdet denen ohne Ende begegnen, vor allem im Forum, in E-Mails, in unseren Chat-Funktionalitäten und so weiter. Ihr werdet überall mit meinen wissenschaftlichen Mitarbeitern, die hier selber Doktoranden sind und promovieren wollen und wir begegnen. Manchmal nennen wir die auch Assis, im allerpositivsten Sinne gemeint. Die machen also den gesamten Übungsbetrieb. Selbst die reichen mir aber nicht aus. Wir haben noch ein Team von ca. 35 und ich glaube, es sind es genau 35 Kommilitonen, Studierende der Informatik, die wir verpflichtet haben, die sich bereit erklärt zu haben, euch zu begleiten im Laufe dieses Semesters. Ihr seht, die 35 Namen hier aufgelistet. Ich bin sehr dankbar, dass diese Kommilitoninnen und Kommilitonen uns helfen, an der Stelle Tutorien durchzuführen, eure wöchentlichen Übungsaufgaben zu korrigieren, ansprechbar zu sein für Probleme, die sich organisatorisch ergeben, aber die sich natürlich auch vielleicht bei der Programmierung mit Steam ergeben. Ich bin super stolz auf so ein großes Team hier und zusammen werden wir euch hoffentlich sauber durch das Semester Informatik 1 schaukeln. Wir freuen uns drauf. Wie ich schon gesagt habe, das, was ich hier gerade mit den Slides anstelle, ist eigentlich nicht der normale Modus. Wir nähern uns so ziemlich dem Ende dieser Einführung gerade hier. Was normalerweise im Fokus stehen würde, ist tatsächlich das Programmieren, das Live-Programmieren. Ich habe mir natürlich ein paar Slides mitgebracht mit Notizen, aber einen Großteil der Zeit werden wir tatsächlich im Editor verbringen und dabei Funktionen konstruieren, natürlich in Scheme. Das Stück Software, das ich dazu benutzen werde, nennt sich Dr. Racket. Und Dr. Racket ist kostenfrei und quasi überall verfügbar. Ihr selber werdet natürlich auch Dr. Racket benutzen. Wir werden mit Dr. Racket alle Funktionen schreiben können, die wir im Laufe dieses Semesters verwenden werden. und alle Übungen werdet ihr mit Dr. Racket machen können. Dr. Racket ist eigentlich das einzige Stück Software, das ihr in eurem System installieren müsst, um richtig in Informatik 1 teilzunehmen. In Dr. Racket kann ich in vielen Programmiersprachen programmieren. Eine davon ist Scheme oder ein bestimmter Dialekt von Scheme. Racket nennt er sich, den wir benutzen werden im Rahmen dieser Vorlesung. Okay. Und ihr seht schon, da oben sieht man schon irgendwie, dass das Parkplatzproblem hier in Form von Scheme ausgedrückt wurde. Das können wir natürlich machen, aber wir werden noch so viel andere coole Sachen machen. Racket ist interaktiv, damit kann ich grafische Programmierung machen, ich kann Animationen programmieren und so weiter. All das werden wir auch schon in den ersten Wochen hier in Informatik 1 mit Racket unternehmen. Okay, dann hält uns eigentlich niemand mehr auf, würde ich sagen. Wir werden programmieren mit Funktionen. Funktionen, wie wir sie aus der Mathematik kennen, wie das gute F hier. Wir werden halt einfach das Komma fallen lassen, wir werden ein bisschen Klammern verschieben und schon landen wir. Schon landen wir in einer Ecke, in der wir tatsächlich mit Funktionen programmieren können. Und ich kann es eigentlich gar nicht erwarten, euch an der Stelle durch das Semester damit zu begleiten. Es kann nämlich eine Menge Spaß geben. Damit es wirklich spaßig wird, werde ich dafür sorgen, dass die Beispiele, die wir während der Vorlesung besprechen, genauso spaßig sind, wie die Programmiersprache selber. Hier seht ihr auf meinem T-Shirt schon so ein bisschen Dinge, die mir wichtig sind. Oder man sieht es auch hier so ein bisschen angedeutet. Ich bin großer Star Wars Nerd. Ihr werdet 100%ig Star Wars Referenzen in den Beispielen, in den Beispielszenarien, in den Beispielfunktionen, die wir in dieser Vorlesung besprechen werden, finden. Ich bin gleichzeitig auch großer Lego-Fan. Also wenn es sich dann irgendwie einrichten lässt, werde ich auch versuchen, Lego mit in die Vorlesung einzubauen. Einfach als Beispiele. Manchmal auch Lego und Star Wars kombinieren. Dann nimmt man bei Lego Star Wars es einfach Endless Piece of Fun. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, dass die Beispiele euch genauso viel Spaß machen wie mir. Okay. Alles klar. Dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel. Sollte sich hier in den ersten Tagen des Betriebs in der Informatik 1 Fragen ergeben, im Forum der Vorlesung, im webbasierten Forum der Vorlesung, dessen URL jetzt hier gerade eben erscheint, könnt ihr euren Browser benutzen, um die FAQs, die Frequently Asked and Answered, mit Questions für Informatik 1 irgendwie nachzuschauen. Geht ins Forum, guckt euch diese FAQ-Liste an, guckt euch die ganzen anderen Diskussionen, die sich da in der Stelle entfalten werden. Natürlich seid ihr Teil der Diskussion. Stellt Fragen. Ihr werdet sehen, dass wir eine ziemlich schnelle Turnaround-Zeit haben im Forum und sehr, sehr schnell dort irgendwie die Fragen aufnehmen und beantworten werden. Das Forum ist Dreh- und Angelpunkt für diese Vorlesung. Meldet euch an, schaut da vorbei und dann werden wir uns auch dort im Forum treffen und natürlich auch hier im dritten Video, wenn ich endlich, oh sorry, wenn ich endlich diese Slides hier loswerde und Racket starten kann, um mit euch zu programmieren. Darauf freue ich mich jetzt schon. Haut rein. Bis bald.